Ich war letztens erst wieder hier und habe dann gleich die Becher stehen gesehen und habe mich dann gleich informiert, was das jetzt ist. Und ich bin Coffee to Go Liebhaberin und ich trinke ihn am liebsten natürlich dann draußen in der freien Natur. Einfach schnell zack mitnehmen und schon geht's raus. Ich finde es super, dass es so eine Mehrweginitiative gibt bei der UNV, weil es einfach umweltfreundlich ist. UNV Deutschland hat im Mai 2017 diesen Viva-Mehrwegbecher aus Porzellan eingeführt, um einfach auch unserer verantwortungsvollen Ressourcenorientierung gerecht zu werden, um unseren Kunden, die den Kaffeegenuss auch für unterwegs mitnehmen wollen, auch eine ökologische und nachhaltige Alternative zu bieten, eben den Viva-Mehrwegbecher aus Porzellan. Man merkt, dass es halt jetzt nichts billiges ist. Es ist ein hochwertiges Produkt. Ich finde es gut, dass er diesen Ring zum Anfassen hat, weil es nicht so heiß ist und ansonsten steilig ist. Ich finde auch gut, dass es zwei Farben gibt. Wir sind der Überzeugung mit unserem Wissen, dass Kaffee aus Porzellan am besten schmeckt. Da bleibt der Geschmack einfach intensiver. Und von daher auch natürlich dieser Qualitätsanspruch im Sinne der Temperatur, wo dann eben im Porzellanbecher am besten gehalten wird. Also ich benutze den Becher schon seit drei Wochen und meine Erfahrungen sind bisher sehr positiv, weil der Kaffee aus dem Becher einfach besser schmeckt. Der Kaffee aus dem Porzellanbecher schmeckt frisch, heiß, man kann ihn auch gut anfassen. Man verbrennt sich nicht die Finger mit dem Gummi außen an der Kaffeetasse. Es ist total wichtig, dass immer mehr auf die Umwelt geschaut wird und deswegen super Aktion. Für die OMV ist die Kundenzufriedenheit natürlich ein sehr, sehr wichtiges Ziel, was aus meiner Sicht mit dem vielfältigen Angebot der OMV, auch inklusive dem Viva-Mehrwegbecher, jedenfalls erfüllt wird. Milchkaffee zum Mitnehmen, bitte. Cappuccino, bitte. Macchiato, bitte. Ich werde meinen Kaffee den jetzt aus dem Porzellanbecher trinken. Und ich werde halt immer mal schauen, wo eine OMV-Tankstelle ist. Und da werde ich das mal für zwei zu voll nutzen. Ich würde den Becher jederzeit wieder kaufen. Ich finde es eine gute Erfindung, es sollten mehr so Lösungen auf den Markt kommen. So kann man seinen Kaffee genießen. Ist echt eine gute Aktion. Super. Ja. Den nehme ich.